Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, einfach singen lernen, Happy Birthday to me. Einfach singen lernen, feier Geburtstag, denn genau heute vor einem Jahr durfte ich Einfach Singen Lernen gründen. Und ich schaue auf dieses erste Jahre Tour und bin ziemlich baff, was da alles passiert ist. Es war ein großes Auf und Ab, aber es hat sich ausgezahlt. Und an so eine Geburtstagsfeier wie heute ist ein guter Zeitpunkt, mal Danke zu sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du dir meine Videos anschaust, dass du meinen YouTube-Channel abonniert hast, mein Newsletter. Dass du immer wieder mal auf Facebook vorbeischaust, dass du mir deine Fragen schickst. Und ich möchte mich vor allem bei dir bedanken, wenn du ein Schüler von mir bist. Denn du ermöglichst es, dass ich das machen kann, was ich schon immer machen wollte. Kennst du das, wenn du einen Traum hattest, aus dem ein Ziel wurde und du kommst dem Schritt für Schritt immer näher? Genau so geht es mir gerade. Ich schaue auf das erste Jahr von Einfach Singen Lernen retour und bin einfach nur baff. Es war nicht immer nur easy cheesy. Ich möchte mich im Grunde in diesem Video auch bei meinen Kritikern bedanken. Bei all den Leuten, die mir Feedback geben, aber auch bei den Leuten, die das total doof finden, was und vor allem wie ich es mache. Das bringt mich weiter, das macht mich stärker und das schärft meine Sinne. Danke dafür. Mein Tipp heute in diesem Geburtstagsvideo an dich, bleib dran. Gib nicht auf und grab diese Dinge auf, die du schon immer machen wolltest, aber aus irgendeinem Grund nicht gemacht hast, weil du dachtest, das geht nicht. Es wird dich was kosten und es wird dich mehr kosten, als du denkst, um deine Ziele zu erreichen. Besonders beim Singen ist es so. Wenn du ein Instrument lernst, ist es klar, das muss man üben, dass was weitergeht. Und beim Singen, naja, das ist halt so. Da hat man mal so eine Grenze erreicht, wenn man sich Jahr für Jahr mit der Stimme beschäftigt hat. Oder man fängt gar nicht an, weil man denkt, man kann es gar nicht. Glaub mir, da geht immer mehr. Und ich unterstütze dich gerne auf diesem Weg. Ich liebe es, in der Früh aufzustehen und loszulegen. Und mir macht es großen Spaß, mich ständig weiterzuentwickeln, um neue Wege zu entdecken, wie ich dir so einfach wie möglich erklären kann, wie du mehr aus deiner Stimme machen kannst. Mein Name ist Andreas Häuser. Ich bin Vogelcoach und ich liebe meinen Job. Schnapp dir den Link in der Videobeschreibung zu deiner ersten Session for free. Und die ist wirklich for free. Und es ist auch egal, wenn du dir die nächste Session noch nicht leisten kannst. Oder du noch gar nicht genau weißt, ob das das Richtige ist. Genau dafür ist diese erste Session for free da. Das ist mein Geschenk an dich, um das herauszufinden. Gerne beantworte ich dir auch deine erste Fragen. Wenn du schon seit langem singst, aber an einem Punkt stehst, wo du nicht weiterkommst. Oder an einem Punkt stehst, wo du erst beginnst. Abonniere meinen YouTube-Kanal, den Newslet auf meiner Homepage und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis bald, dein Ande.